Mutter Oberin! Mutter Oberin! Kommen Sie! Sie müssen kommen, Mutter Oberin! Wohin kommen Sie? Sehen Sie sich, Marie? Die Kleine ist jetzt seit acht Monaten bei uns, nicht wahr? Ja, Mutter Oberin, und? Sie sind bewundernswert, Schwester Margeret. Ach ja? So viel Mühe für so wenig Ergebnisse. Es gibt Ergebnisse, Mutter Oberin. Marie hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Sie müssen es mit eigenen Augen sehen. Kommen Sie! Sehen Sie! Was ist es? Was ist was? Sie zeigt das Wort Messer, Mutter Oberin. Ja! Anni! Sie fragt mich nach Gabel. Sie will das Zeichen für Gabel wissen, Mutter Oberin. Das ist das Zeichen für Gabel, Mutter Oberin. Aber ja! Gabel! Gabel! Brot! Brot! Brot? Genau! Genau! Haben Sie das gesehen? Es funktioniert! Es funktioniert, Mutter Oberin! Es funktioniert! Es funktioniert! Nein! Ich bin mir mein Hund!